Herzlich Willkommen bei der AFCT, heute wieder mit dem Thema Formrolling. Wir werden uns heute der Hüfte annehmen, dafür brauchen wir einen etwas größeren Ball. Es geht auch mit dem Tennisball, das ist nicht ganz so optimal, aber das ist jetzt ein Spezialball und wieder einen Formroller. Wie das letzte Mal auch schon gesagt, 30 Sekunden bis 60 Sekunden pro Partie, Körperpartie oder faszialen Zug bearbeiten, nicht länger, Schmerz vermeiden, geht lieber vor mit eurem Körper um und dann kann es losgehen. Okay, ab auf die Hüfte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.